Ah. Bereit? Ich hab dich im Auge. Ist ziemlich eng hier. Oh, hallo. Was für eine hübsche Stadt. Sie können rüberschieben. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ah! 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 Hier ist ein Durchgang. Sehr gut. Hier ist ein Durchgang. 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 Ja, Shiva hat damit Ganeshas menschlichen Kopf abgetrennt. Ach, ja. Hier ist ein Durchgang. Hier ist ein Durchgang. Hier ist ein Durchgang. Hier ist ein Durchgang. Hier drüben, Nadine. Alles klar? Hier ist ein Durchgang. 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 Ja. Ah! Maui! Ah! Ja. Ich drehe hier mal dran. Die Hand bewegt sich. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Vielleicht liegt es an der Größe der Statue, aber mir fällt jetzt erst die Königskurma um Shivas Hals. Okay, und jetzt? Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Kommst du? Ich schau auf der anderen Seite. Okay. Okay. Ah, da vorne ist noch eine Kurbel. Okay, ich sollte mich beeilen. Oh Gott, was mache ich? Glockenzeichen Ja. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh nein, oh nein, 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 nein! 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 Danke! Fast hätte ich meine Hose zerstört. Wow. Ich kann von hier mein Haus sehen. Ah! 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 Ja, bin Danke Okay. Bis zum nächsten Mal. Aha, dann mal los. Okay, ich nehm die hier. Ich hole Shivas Trommel runter. Oh, das ist die mit dem Dreizack. Dann mal los. Na los, spring zur Trommel. Das ist eine färde Sanduhr. Es ist eine sanduhrförmige Trommel. Oh, Scheiße, es geht los. Festhalten. Und jetzt drehen wir das Wasser auf dieser Seite auf. Alles klar. Jetzt läuft auf beiden Seiten Wasser runter. Hey. Oh. Wollen wir? Oh. Das war aus Versehen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Vielen Dank. Oh, come on. Geh! War's das? In einem Moment wissen wir mehr. Das klingt doch gut. Ja! Das ist ein Auge von Shiva. Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben. Ich schätze, wir sind noch nicht fertig. Wenn die Häusaler etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Und was ist das alles? Ah, dann mal los. Das Ding, das sie hält, das ist ein Prisma. Sieht gut aus. Ja. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden. Was? Ah. Ah! Das Licht trifft die Statue, aber nichts passiert. Schau hoch. Die Statue steht nicht richtig. Ah, okay. Nadine, bist du so nett? Wir sind weit voraus. Okay. Ah! Schöne Scheiße. Die hier ist kaputt. Lass mal sehen. Moment. Hast du das? Ja. Du bist eine tolle Statue. Rüber mit mir. Okay, da ist was passiert. Nein, warte noch. Warte, halt noch! Eine Sekunde still! All das Wasser. Das ist deine Heiligungsentwahl. Oh! Kannst den Spiegel jetzt hinlegen! Shit! Oh, nein, nein, nein! Geh schon! Los! Das Wasser ist weg. Los! Ich werde mich stehen. Das ist der Herr Lied. Das ist der Herr Lied. Ich werde mich nicht verbunden. Aber lass uns sein. Was ist das? Wir haben sie! Wir haben sie! Geh! Lass auf ihn! Ich bin hier. Ich hab ihn gespuckt! Na los! Kommt los! Nein! Oh, ganz schön heftiger Stoß. Ich hab mir Sorgen gemacht. Kommt. Zeit für ein Wiedersehen. Er wollte euch nicht verraten. Trotz meiner Überzeugungsversuche. Sam! Verdammt. Hey, du hast es geschafft? Oh Mann. Schon gut. Er schlägt wie ein Mädchen. Ist das so? Ohne diese Handschellen würde ich dir zeigen, wie Mädchen schlagen. Was zur Hölle macht die denn hier? Du meintest, ich brauche Hilfe. Das ist sie. Ja, aber... Ich muss gestehen, du bist ganz schön gerissen. Erst stiehlst du meine Scheibe, dann lässt du mich durch deinen Experten ablenken. Das ist clever. Vielleicht fließt in dir ja doch ein wenig indisches Blut. Ich brauche dich. Was ist das? Du bist das? Tja, bringen wir's zu Ende. Okay, okay. Nadeen Ross. Sprich mich nicht. Ich wollte sagen, du siehst gut aus. Hörst du schlecht? Was stinkt hier so? Oh, tut mir leid. Fließendes Wasser und Seife waren in der letzten Zeit eher Mangelware. Gott. Von all den Leuten, die du hättest herbringen können. Sie hat mir mehr als einmal den Arsch gerettet. Du weißt aber noch, dass sie versucht hat, Nathan und mich umzubringen. Und zwar mehr als einmal. Bleiben wir fair. Hab dasselbe mit ihr versucht. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sobald wir ihr den Rücken zudrehen, haben wir ein Messer drin. Ich kann übrigens jedes Wort hören. Ich weiß. Ich vertrau ihr. Weißt du was? Schön. Ich bin nur ein kleines bisschen sauer, dass wir hier mit leeren Händen rausmarschieren. Aber damit kennst du dich aus, stimmt's? Oh Mann. Das hat klasse, danke. Alles zu seiner Zeit, Kinder. Kannst gern noch mehr haben. Fahrradständer nach der Schule. Beeil dich. Das ist bedrohlich. Anscheinend haben die Könige eine letzte Aufgabe. Aber uns brauchst du wohl nicht mehr, also machen wir uns mal auf. Oh, im Gegenteil. Du kennst diese Geschichte. Also, Shiva gab Parashurama die mächtige Axt, die Ganesha im Gesicht traf, wodurch Shivas Sohn, einer der größten unter den Göttern, in die Knie gezwungen wurde. Ein weiteres... Tu's nicht. Ja, genau, Chloe. Er wird dich einfach um... Er hat recht. Aber wenn du dich weigerst... Siehst du, sie sterben. Stück für Stück. Okay. Chloe, nicht. Mach keinen Blödsinn. Genug. Feigling. Schiva und Parashurama? Parashurama und Ganesha? Und jetzt? Chloe, gib diesen Trottel nicht, was er will! Ruhe! Du stellst meine Geduld auf die Probe! Du stellst meine Geduld auf die Probe! Du stellst keine Geduld auf das Spiel. Du stellst meine Geduld auf die Probe! Du stellst meine Geduld auf deine Probe! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Arsch, nein. Es ist so, Ganesha hätte Parasurama besiegen können. Ganz leicht. Aber in diesem Fall hätte Shivas Axt ziemlich schwach gewirkt. Machtlos. Ganesha opferte sich, um die Ehre seines Vaters zu bewahren. Tja, sogar sie versteht's und sie hat keinen Tropfen indisches Blut. Hm. Großartig, nicht wahr? Was, hast du mir nichts mehr zu sagen? Ich kann dir sagen, wo du in dir hinstecken kannst. Tja, meine Freunde. Ich würde euch gerne selbst töten, aber wir dürfen die Götter nicht verärgern, denn ihr habt... ...habt mir großes Glück gebracht. Okay, also, was machst du dann? Du wirst die Kammer fluten. Ich werde dich vermissen. Ach komm schon, ist das wirklich nötig? Ach, wahre Zerstörung gibt es nicht. Nur Läuterung und Wiedergeburt. Erschieß uns einfach und bring's zu Ende. Genau. Wenn das Wasser eure Lungen füllt, habt ihr Zeit, um über eure Entscheidungen nachzudenken. Vielleicht ergeht es euch in eurem nächsten Leben besser. Arschloch. Ich weiß nicht, wie's euch geht, aber ich bereue gerade eine ganze Menge. Wem sagst du das? Ich hab mich so drauf gefreut, dich wieder fertig zu machen. Ach, weißt du, ich freu mich auch nicht, gerade neben dir zu ertrinken. Könnte nicht einmal still sein. Ich muss mich konzentrieren. Was tust du da? Ja, Vorbereitung ist alles. Haha, ja. Hey, der geht nicht. Schaff's. Moment. Okay, jetzt nicht. Komm mal. Vergnanz. Ladies first. Zoe, ich will ja nicht drängeln, aber könntest du dich ein bisschen beeilen? Vielen Dank. Halt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017